hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu command and conquer alarm stufe rot 1 auf seiten der sovjets bei mittlerweile mission 6 glaube ich habe fälschlicherweise mission 8 und 9 aufgeschrieben beim letzten mal und genau wir haben ja beim letzten mal an der französischen grenze stehen geblieben und da gehen wir jetzt hin nämlich nach paris no one must hear do you recognize these names they are your generals but i don't see my name be thankful i named these men as traitors they're plotting to kill me they think i will destroy mother russia but you you have always stood by me when i regained the land stolen by the europeans and the chinese you were there you fought nobly to make my dream come true so now i'm going to give this honor to you death warrants sign them reaffirm your loyalty to me i'm reading russia of her enemies curious stalin said nothing about the truck gradenko abandoned containing elements of iron curtain yes we must get it back we must get it back i'm sure you'll find a suitable way to handle comrade gradenko a truck and its contents were abandoned somewhere in this region the allies captured the truck and brought it to this way station they intend to move it to safe territory and study its contents carefully this cannot be allowed to happen we cannot risk recapturing the truck it is now a liability do not allow the truck or any allied unit to leave the area do not allow the truck or any allied unit to leave the area oh i know which mission it is and that is such a bad mission i can say i hate this mission i hate it die einfach aber ja da können wir uns jetzt erst mal gleich mal drum ich mache jetzt erst mal wie bei jeder neuen aufnahme einen kurzen aufnahme check und speicher das erst mal unter mission 6 so dann sage ich mal bis gleich ja da bin ich wieder ich habe jetzt gerade allerdings keine ahnung warum das hier so rumlenkt ich hoffe das kriegt sich jetzt wieder ein ja genau äh 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 ähm äh ja Ich frage mich gerade echt, warum das so langsam ist. Ich gucke mal gerade nach der Spielgeschwindigkeit. Nee, also da stimmt irgendwas nicht gerade. Da muss ich mich gleich mal drum kümmern. Aber erstmal hoffe ich, dass sich das Spiel wieder einkriegt. Der nimmt nämlich noch auf, ganz normal. Ah, jetzt. Jetzt hat sich das Spiel wieder ein bisschen eingekriegt. Ja, jetzt läuft es flüssig, alles klar. Ja, und wie gesagt, wir sollen jetzt hier halt... Wo ist die Waffenfabrik? Wo ist die Waffenfabrik? Hallo? Ah, hier. Ganz oben. Okay, hä? Ja, das wird jetzt gleich nämlich interessant. Weil, äh... Der Gegner hat hier jede Menge Trigger. Die Alliierten haben hier echt übelst scheiß viele Trigger. Und ich frage mich gerade echt, warum das hier so ein bisschen rumlägt. Es tut mir leid, aber ich muss noch mal ganz kurz einen kleinen Schnitt machen. Also bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ähm, leider ein sehr, äh, holpriger Einstieg in die Mission. Gebe ich gerade noch mal zu. Aber ich, jetzt habe ich es geschafft. Äh, ich glaube, ich weiß, was das war. Äh, dieses Avira. Der Avira Host-Skin hat sich einfach im Hintergrund aktiviert. Und sowas zieht natürlich dann immer Prozessorleistung. Alles klar. Wenn man da noch aufnimmt, dann, äh, ja, genau. Ja, wie gesagt, bei der Mission hier müssen wir jetzt wieder schnell sein. Weil der Gegner, der wird bald angeschissen kommen. Und das nicht zu knapp. So, dann, deswegen bin ich am überlegen, direkt schon mal eine Tester-Spule zu bauen. Die werde ich direkt hier hin knallen. Genau. So, ich schaue nochmal gerade. Ja. Ja, wie gesagt, also zu dieser Cutscene, die wir da eben gesehen haben, gibt es noch eine Sache zu sagen. Und zwar mit dem Stalin. Äh, jetzt ruckelt das wieder ein bisschen. Aber das hat sich jetzt beruhigt, das Spiel. Ja, der killt jetzt nach und nach alle Generäle weg. Und, äh, er will halt immer mehr Macht haben. Beziehungsweise, er will seinen Einfluss vergrößern. Und, äh, ja. So soll man diese Cutscene werten. Genau. Ja, und, äh, ja, die Nadia und der Kukov, die sich das aus der Kamera angeguckt haben, wissen anscheinend mehr als der Kradenk kommen. Weil, bezüglich all seinem Vorhang und so. Mhm. Das ist auch nochmal ein interessanter Fact. So, ich brauche auf jeden Fall die hier Flak-Bestellung. Warum, das seht ihr gleich. Und, äh, ja, jetzt sollen wir hier halt ein Konvoi finden. Genau, ein Konvoi von uns finden. Und ich schaue nochmal gerade. Ja, jetzt läuft das. Jetzt läuft das stabil. Genau, ja. Jetzt läuft es stabil. Und, ähm, ja, den können wir mal zerstören, bevor er die Karte verlässt. Weil sonst haben wir direkt verloren. Genau so sieht es aus. Und das finde ich ganz schön heftig, wenn wir das verlieren sollten. Ja, also, die Taktik hier ist halt langsam erkunden, Freunde. Wenn wir jetzt hier oben alles erkunden, weil ich weiß schon, wo der ist, der ist ungefähr hier, der Wagen. Äh, die Mission könnte man auch abkürzen, indem man einfach hier oben irgendwelche Fallschirmjäger hinsetzt und, äh, den Wagen dann fertig macht. Und dann ist die Mission schon gewonnen. Aber, ähm, ja, das mache ich nicht, weil das ist, das nimmt die Spannung weg. Und das will man ja auch nicht, ne? So, ja, genau. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei, äh, guck mal, der Konker Alarmstufe rot. Und da seht ihr, warum ich die drei Flags aufgebaut hab. Aber ich befürchte, dass sie schon nicht mehr ausreichen. Oder? Oder? Doch! Die drei reichen. Sehr gut. Oh, Mann. Alter, Schwede. Hier brauch ich die... Oh, Mann. Alter. Jetzt, hör auf! Diese Artillerie, ey. Ey, das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was die hier abziehen mit ihren... Äh! Ihren scheiß Triggern, ey. Mann. Kommt der direkt angeschissen? Mach wieder direkt eine Flakstation von mir kaputt. Ja, dankeschön. Äh. Ja, das war ich nicht. Das meinte ich eben. Also, diese Mission ist wirklich... Nicht ohne. Absolut nicht ohne. So, zerstören sie den LKW-Konvoi. Das werde ich später machen. Viel, viel später. Jetzt erstmal muss ich gucken, dass... Erstmal die Aufnahme läuft. Und, äh... Dass ich mich hier aufgebaut kriege, weil... Was macht denn der Sammler da? Warum sammelst du nicht? Das ist tödlich. Ich brauche jede Sekunde hier. Ah, hab ich den aus Versehen mitgruppiert, ich, Idiot. Ja. Dicke, 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 dicke. Ja, ich habe keine Gold mehr. Das ist so tödlich hier, wirklich. Nicht vor allem in dieser Mission, ey. Ich brauche die Kohle jetzt. Ich verkaufe mal wieder einen Flak. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Und komm schon. Sammeln die Edelsteine. Dammt nochmal. Und das reicht nicht. Gut, dann verkaufe die andere auch noch. So. Dann wird die hier unten nicht fertig, weil die muss ich hier unten hinpacken. Weil... Nein. Fahr mal hier hin, bitte. Weil... Hier gibt es noch Edelsteine hier unten. Glaub ich zumindest, also... Jetzt fahre ich mit dem Sammler erkunden. Ja, seht ihr, hier sind Edelsteine. Gut, 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 gut. Weil der Gegner, der wird versuchen, sich die zu krallen, indem der später seine Sammler hier in meine Basis schickt. Und das Gemäuer hier brauche ich mal nicht. Das bringt gut Kohle. Aber sonst, äh... Nützt es nicht viel hier unten. Weil, äh... Ja. Hier unten ist halt... Abgesichert. Also ich bin hier in der Ecke zumindest. Und hier... Ist irgendwo eine Landestelle. Gleich. Aber machen wir alles später. So, ich muss mich jetzt erstmal hier wieder aufbauen. Weil der hat mir ja schon... Aha, ist nicht symmetrisch. Egal. Egal. So. Nächste Flak. Nächster Panzer. Weil der hat mir schon einiges platt gemacht hier. Und das ist schon heftig, finde ich. Nächste Edelsteinlieferung kommt. Das ist sehr gut. Und... Ja. Somit geht's weiter bei den Russen. Wir sind ja schon mittlerweile echt in Mission... Sechs oder sieben, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall schon etwas weiter. Ja, was will man auch anders erwarten, wenn man weiterspielt. Man kommt halt weiter. Und da kommt schon der nächste Schwall. Seht ihr, wie oft die Angriffe kommen. Das ist schon nicht mehr normal hier. Direkt aufpassen. Direkt rauf da. Direkt rauf da. So. Du greifst den an. Also schön kiten, ja. Was? 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 Ja, natürlich! Oh Gott! Was macht der denn? Alter, was? Ach, du Scheiße. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass der da... Oh! Alter! Mit fünf Invasoren ankommt. Das hat da schön meine Werkstatt genommen. Ja, toll. Super. Alter Schwede! Ohoho! Ist das heftig! Ja, da unten habe ich jetzt irgendwann eine Tesla-Spule stehen. Ist das heftig, ey! Da kommt der einfach mit dem BMT rein, mit fünf Invasoren, ey. Ja, jetzt kommt noch ein Hubschrauber! Scheiße! Gut, ey. Die vier Flags reichen. Sehr gut. Ja, wir hatten auch unverschämt, ey. So. Zweite Tesla-Spule. So. Was macht der da? Blöd oder so? Da kommen schon die Nächsten an. Das ist so krass hier. Das ist so heftig. Ja. Ja, sehr schön. Bleibt da noch stehen. Wunderbar, ey. So, das war leider ein Streifschuss. Aber es ist egal. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen abgesichert zumindest. Ja, weg damit. Sehr gut. Die Mucke war gerade geil dazu. Dann ist er gestorben. Das ist schon mal gut, ey. So, nächste Tesla-Spule. Ich muss mich hier erstmal einigeln. Das ist... Seht ihr? Da ist nämlich noch ein Brauner. Wir haben es hier mit zwei Gegnern zu tun. Mit zwei vollwertigen Gegnern wohlgemerkt. Also der braune Gegner ist wirklich nicht zu unterschätzen. Jetzt schießt sie kaputt. So. Ha, 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 ha. Ich habe hier abgesichert. So, aber da oben kommt noch was gleich. Egal, das reicht. Ja, sehr gut, ey. Sehr gut. Zack. Ha, 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 ha. Okay. Gut. Ähm. Ich gucke nochmal gerade. So, zack. Sehr gut. So, dritte Tesla-Spule. Und ich habe einen Kniff hier. Kann ich eine Mauern bauen? Kann ich... Ich kann Mauern bauen. Das ist schon mal gut. Weil ich habe nämlich einen Kniff hier. Und zwar bei Alarmstoff rot ist es so. Ich gucke nochmal gerade. Ja, passt. Bei Alarmstoff ist rot. Und Tesla-Spule hinter Mauer. Ist sau tödlich auf jeden Fall. Sau tödlich. So weiter Großkraftwerke bauen. Genau, ja. Und du sollst nicht immer zum anderen Ende der Welt fahren. Oh, Mann. So zerstören sie den LKW-Konvo. Ja, das mache ich. Was zur Hölle? Lässt du meinen Sammler in Ruhe? Mensch. Was für Einheit verloren? Warum das denn? Egal. Flugfeld erstmal. Ah, hier oben. Penner. So, hier unten ist abgesichert. Ja, seht ihr mal den Effekt? Der schießt immer die Mauer an, anstatt die Tesla-Spule. Das ist, äh... So muss das laufen. Zack, Flugfelder. Was machst du denn? Stell dich doch da hin. Mensch. Ja, die Männiken, die haben schön das Kanonfeuer auf sich gezogen. Das ist gut. So, versuch's. Versuch's, du Wichser. Tut mir leid für den Ausdruck, aber ich bin gerade ein bisschen angespannt hier in dieser Mission. Ha, 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 ha. Weg damit. Hier oben auch. Weg damit. Ja, so muss das laufen, ey. So muss das laufen. Einige haben ein paar Startschwierigkeiten gehabt, aber jetzt steht die Verteidigung. Oh, ein paar Streifschüsse. Ja, das ist blöd. Aber jetzt erstmal nicht mehr zu ändern. So, ich baue weiter Flugfelder erstmal. Weil ich werde hier Flugzeuge brauchen, definitiv. Weil hier oben ist es, glaube ich, auf einer Insel, ja. Also müssten wir theoretisch auch mit U-Booten und so arbeiten. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. So, ich baue mal die Mauer hier wieder auf. So, da kommt der nämlich schon wieder. Seht ihr das? Wie der da laufend kommt. Also das ist schon krass, auf jeden Fall. Oh, das habe ich gar nicht repariert. Warum mal ein Swingerclub? Ja. So, das Technikzentrum. Werde ich der Vollständigkeit halber auch einfach mal hinstellen. Weil es kann ja nicht schaden. Also die Verteidigung hier steht ja jetzt. Und ja, genau. Genau, Spionage. Aber auf vorsichtig mit den Spionageflugzeugen. Weil wenn ich die zu weit nach oben schicke, dann, wie gesagt, dann ist die Mission verloren, weil der Truck dann rausfährt. Was ist denn hier los? Aber waren hier wieder Hubschrauber oder was? Wahrscheinlich, ja. Ja, komm. Greif doch alle an. Weg damit. Weg mit der, mit der, äh, mit der Frechheit da. Genau. Sehr geiles Sound hier wieder. So, das kommt da hin. Für den Flammenwerfer. Genau. Nein, 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 nein. Ich muss erst mal hier oben als absichern. Nee, das reicht nicht. Großkraftwerk erst mal. Ja, seht ihr? Der kommt unentwegt angeschissen. Pausen, los, kommt der angeschissen. Ja, aber die Verteidigung steht. Das ist saugut. Saugut ist das gerade. Boah, perfekt, ey. Was ist das? Ja, seht ihr das? Schaut euch das mal an, was der da für eine Scheiße stehen hat. Das ist doch mal extrem heftig. So, gut, aber wir haben jetzt erst mal den Start geschafft. Das würde ich sagen, speichere ich mal ab. Unter Mission 6. Und weiter geht's. Und weiter geht's mit dem Bau. So, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche jetzt eigentlich nur noch die vier Silos. Ja, das mache ich. Ah, Artillerie, weg damit. Und hier unten muss ich später noch eine einzige Tesselspule hinbauen, weil ich weiß noch von der Mission, dass hier gleich fünf Artillerien rauskommen. Genau, und dem muss man natürlich entgegenwirken. So, der Sammler. Ja, lass den erst mal sammeln, so. Danach kann ich mich auch eigentlich schon auf den Angriff vorbereiten. Und ja, genau, ey, ja, hab ich ganz vergessen. Wir haben die Mammutpanzer zum ersten Mal. Oh, geil, 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 geil. Endlich haben wir die Mammutpanzer, aber wir können sie leider nicht selber bauen. Das geht nicht so. Das hat kurz geleckt, aber das ist kein Problem. Falscher Mierger haben wir. Und später auch die Bombe auf jeden Fall als Spezialaktion von dem Flugfeld. Ah, schaut euch das an. Also vier Gummipanzer. Und da reichen keine drei Tesselspulen. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein gerade. Ja gut, dann mach halt hier eine hin. Ja. Ja, schieß ruhig die Mauer kaputt, ist okay. Also, Gegner steht vor drei Tesselspulen und schießt erst mal die Mauer kaputt. Ja, so effizient muss man erst mal sein. Ganz ehrlich. Die können ja einfach wieder aufbauen und dann ist nichts passiert. Mit deinen Gummipanzern da. So, dann nächstes Großkraftwerk, bitte. Und zu reichende Finanzmittel. Und zu reichende Finanzmittel. Ja, ich hab kein Geld. Sag's doch einfach. Meine Güte. Ha, 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 ha. Ich hab hier abgesichert. Penner. Was denn? So. Alles gut. Nein, ich hab's abgebrochen. Warum? Warum brech ich denn das ab? Ich bin nur so ein Vollhorst. Ha. Ja, pssch. Genau. Geht ihr mal reparieren, bitte. So, passt das noch hier hin? Es passt nicht hier hin. Scheiße. Verdammt. Er hat dann hier bekommen. Nächste Tesla-Spule für hier oben. Weil das muss sein. Es muss einfach sein. Ah. Warum? Ah, ich wollte schon sagen. Warum reichen keine drei Tesla-Spulen, um den Diensten zu killen? So, jetzt. Ha, ha. Und weg damit. Sehr gut. Ah, die Verteidigung hier steht. Das ist gut. Das ist saugut, ey. Weißt du, was ärgert man den Sammler? Was macht der denn? Ey. Das ist ja wohl der mitzumachen. Die Höhe hier. Ja, danke. Ich hab auch so viel Geld, weißt du. Ah, so muss ich hier oben auch noch ein paar Flaks hinstellen. Okay. Alles klar. So. Jetzt kommt... Ey. Ja. Ha, ha. Moment mal, der Samm... Kommt der hier hin? Ne, schade. Weil irgendein Sammler kommt gleich zu mir. Was zur Hölle? Ah. Stimmt ja. Verdammte Scheiße. Schieß eine Rakete rein einfach. Jetzt schieß doch deine Rakete. Verdammt. Danke. Verdammt nochmal, ey. Ja gut, die Artillerien, die können natürlich jetzt drüber schießen, ist klar. So, hier stand meine Tesla-Spule. Da muss ich da oben auch noch ein paar Flaks aufbauen, das mache ich doch. Unverschämtheit hier, ey. Dieses Männiken da unten. Ha, ha. Alles klar. So, dann reparieren wir wieder. Ja, wie gesagt, also hier in der Mission ist man erstmal dauerhaft in der Verteidigungsstellung. Nächste Flak. Ich muss hier so absichern, das ist unfassbar. Auch gegen Luft. Ja, ich habe, ich repariere immer und habe kein Geld mehr. Das ist natürlich dann mega geil. Jetzt fahr doch hier vorne hin, verdammt. Ja, toll, jetzt ist die Mauer weg, super. Ich muss die gleich nochmal nachbauen. So, weg damit. Boah, zum Glück habe ich die... Haha, er kommt. Zum Glück habe ich die Tesla-Spulen in dieser Mission, ey. Ohne Tesla-Spulen wäre das echt heftig. So, dann. Ja, ja, weg damit. Sehr schön. Der Sammler ist weg. Gut. So, die gehen beide da unten hin, ne? Ja. Oh, die Ressourcen werden langsam knapp hier, ne? Puh, so, dann mache ich hier noch eine Tesla-Spule für hier oben. Weil seht ihr das? Von da oben kommt der auch ständig. Ah, verdammt. Keine drei Artillerien. Oh, drei Artillerien sind too much für eine Tesla-Spule. Definitiv, ey. So. Ja. Meine Güte. Und ihr fahrt immer so weit weg als... Ach, egal. Alter Schwede. Ja, komm. Mach den kaputt jetzt. Alter Schwede. Ja, der hat jetzt auch ein... Uff. Uff. Ja, das ist egal. Das reicht schon. Das passt schon so. Ich brauche unbedingt noch eine Tesla-Spule hier oben, ey. Unbedingt. So. So. So, jetzt erstmal mauern. Mauern. Ganz wichtig. Oh, ich habe die Bomben. Alter. Hier. Zuerst. Das nervt richtig hier unten. So. Ach ja, das macht Spaß. Das macht richtig Spaß doch, ja. Wenn man ständig angegriffen wird. So, aber hier kann ich jetzt erstmal weiter erforschen. So. Und dann, ja, und dann habe ich kein Geld. Haha, schaut ihr. Schaut mal. Hier ist die Basis von dem braunen... Braunen Sack. Schick mal die Bombe auf den Bauhof. So. Mach hier noch die Mauer hin. Ja, es trifft ein bisschen. Minimal trifft das. Okay, dann schick mal das hier hin. Und dann brauche ich erstmal die Flugzeuge. Unzureichung. Scheiße, ich habe die Tesla-Spulen hier unten vergessen. Ich Idiot. Und ich sag... Und ich sag's noch. Und ich sag's noch mit den Artillerien. Oh, Mann. Weg damit, ey. Ah, jetzt nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Junge. Alter, das wird aber... Ganz schön knapp. Ja, super. Ich habe kein... Meine Energie geht nicht mehr. Oh, verdammt. Ich habe es noch gesagt eben, ey. Ich habe es noch gesagt eben. Und dann passiert es. Ja, super. Was schon wieder für Einheit verloren? Ah! Ja, stimmt. Die habe ich ganz vergessen. Ja, mach mal. So. Dann ist der auch mal ein bisschen abgelehnt hier. Oh, der Helmarsch. Nächste Kraftwerk. Ja, das war... Ja, ja. Der hat sich selber angegriffen. Geil. Das war... Aha. Hier. Hier. Dieses scheiß Boot. Ich habe eine Jack. Okay. Das ist schon mal etwas. Auf jeden Fall. Und... Oi, 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 oi. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? 20 Minuten. Alles klar. Das passt doch. So. Jetzt reden wir mal weiter, Freund. Oben noch eine Flak. Ja. Hat keine Chance. Dann erforschen wir mal hier weiter, bitte. Ja, der hat keine Chance. Komm. Die sind auch fast alle repariert, außer die beiden. Sehr gut. Dann können wir erstmal langsam unseren Angriff vorbereiten, wa? Endlich mal. Darf ich? Darf ich meinen Angriff vorbereiten? Ja. Ja. Das war das letzte Gebäude, was ich bauen musste. So. Dann. Jax. So. 800 das Stück. Das ist schon echt happig. Also. Ja. Aber der hat hier keine Flaks. Das heißt, ich kann ihn schön bomben. Aber. Moment mal. Hier unten. Ne, 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 ne. Moment. Ah. Ich habe gerade mal. Das war eine Twitter-Nachricht. Jemand followt mich. Das hört man gerne auf jeden Fall. Super, super schön zu hören auf jeden Fall. Und ich brauche wahrscheinlich. Verkauf das Ding hier oben. Lass die mal alle auf einen Platz gehen. So. Gut. Haben wir hier ein bisschen Platz für eventuell eine zweite Waffenfabrik. So. So. Ja. Ja. Jemand fordert mich auf Twitter. Das freut mich natürlich sehr. So. Haben wir jetzt hier unsere vier Flugzeuge. Schon mal gut. Und dann baue ich hier unten jetzt noch die eine Tesla-Spule hin für die Abwehr für diese Frechheiten hier. Spionieren können wir wieder. Dann spionieren wir mal da. Und ihr macht mal den Sammler platt jetzt. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit, dass der mir vor der... Ah, da macht der ihn platt. Vor der Haustür des Zeug wegsammelt. Ja, dann... Keine Ahnung. Macht ihr, was ihr wollt. So. Dann. Ja. Könnt ihr mal hier hin. Und dann kann ich, wenn ich die Tesla-Spule fertig habe... Ah, Moment. Ich kann ihm... Ne, da steht jetzt eine Art... Die Artillerie mal ich platt, bitte. Das geht. Dann wollte ich sagen, dann kann ich jetzt gleich auch wirklich jetzt mal die Panzer bauen. So, die ist fertig. Sehr gut. Und macht das kaputt? Oh, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt hier nur noch Antipanzer. Das ist okay. Aber trotzdem müsst ihr euch nicht von dem Turm anbrechen. Ah, der fährt platt. Ja, das ist das Problem. Aha. Da kommt noch ein Boot. Seht ihr das? So. Ah, die Energie. Fuck. Das reicht nicht. Oh Gott, das ist gefährlich jetzt. Das ist gefährlich. Mach schnell. Oh Gottes Willen. Oh. Alter, so. Weg damit. Oh. Mach die Artillerie. Weg damit. Oh, die Artillerien sind extrem gefährlich gegen Gebäude. Puh, das war nochmal knapp, Freunde. Oh, ho, 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 ho. Das war nochmal sauknapp. Oh, manne, manne, manne. Okay. Gut. Gut. Panzer. Und eine Sekunde. Ich muss gerade mal hier mit meinem Handy was machen. Ja, da habt ihr auch nochmal einen Einblick auf die schöne Mucke hier auf jeden Fall. So. Ja, jetzt passt das doch. Noch ein paar Flug... Ja, noch ein paar Flugfelder eigentlich. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, speichere ich das mal. Da Mission 6. Ist das echt Mission 6 schon? Ja, das ist schon Mission 6, ja. Ah, Geisterhaus. Geil. Ja, habe ich ja beim letzten Mal schon mal erwähnt. Manche Musiktracks sind bei den Sowjets anders als bei den Alliierten. Aber es gibt auch noch welche, die sind... Zu... Die sind... Oh, Freunde. Was ist denn mit der Energie los? Na, egal. Wollte ich jetzt ein kleines Kraftwerk noch? Die sind auch gleich, äh... Wie halt diese gute alte Geisterhaus-Mucke, ne? So. Genau, dann mache ich jetzt hier noch eine... Ja. Dann habe ich schon mal 5 Flieger. Was versucht der da mit seinen Sammlern? Eins noch, komm. So. Der kann schon mal hier oben zu meinem Angriffstrupp. So. Sehr gut. Hier sind die Flugzeugaktionen. Ja. Mit den Bomben mache ich mal das Ding hier unten kaputt. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich fürchte zwar nicht, aber... Man kann es ja mal versuchen. Und ja, genau. Wir haben es den Anfang überstanden. Das ist das Wichtigste schon mal. Und, äh... Ja, ich habe noch mal eine... Nachricht bekommen. So. Aber das geht, das geht. Und, ja. Mache mal eine... Kurze Pause. Nur zum Benachrichtigen der... Noch zu Benachrichtigen. Zum Beantworten der Message. Also bis gleich.